um hallo und jetzt kommen bei Let's Play Speedrunners mit mir in dem Benny ihr knuspern Schnädchen da draußen damit habe ich jetzt mal wieder nicht gerechnet dass das dann lol nicht sooo wird ey das war harte nummer jetzt komm gib Gas ey rennen nein ich hab noch einen Turbo gib Gummi ey wuuu uuuu I can't not watch see wow hello das war ja wohl x und hier durch und weiter geht's oh geschwengelt ey falsch geschwengelt würde ich mal behaupten uuuu oh 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 jetzt haben wir einen Screenshot gemacht ich weiß zwar nicht wie ich das jetzt hier ausgelöst habe aber es hat nur so funktioniert lauf weiter mein kleiner Mondo boah boah geil soo wollen wir mal hier weiter erst mal nach hinten geschubst boah boah das war jetzt aber der Speedrand ey nein da bin ich down da bin ich down ich bin so ein Vollpfosten-Loop ey dammit boah da war ja wohl nix da war ja wohl nix da war ja wohl nix oh boah da brichst du die Finger bei dem Spiel Broken Errors ey ooooh Läuer Hätte ich ja beinahe gefailt noch lauf birt boah oh oh mein ne ich brech mir noch die Flossen bei dem Spiel da könnt ihr ich da könnt ihr Gift drauf nehmen noch nix der Muskelkater von Feinzen boah boah das war natürlich nix jetzt GZ Gratulation Gratulation soo komm das mal die name Prototype boah boah Pala mal das Mikrogröpselt ey soo Miniröpser oh 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 der war böse ey da 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 wow ah fuck fuck you weiter komm weiter komm machen wir mal dann machen wir mal komm yes baby boah da hat er nie mit gerechnet der der Wut er ausgeschwingelt hier boah jetzt haben sie mich am Arsch gehabt boah oh 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 witzker lauf scheiße damn ficken ai 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 move it move it boah boah die betteln sich da jetzt nur noch zwei übrig und macht's das 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 Fischgesichtige oder das wie unser Rudolf hier oh das ist knapp knapp jetzt spiel oh oh er hat höchstens zu viel gehackt 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 ich sag mal gehackt ey gehackt 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 oh oh jetzt haben sie beide einer von den zieht jetzt der andere zieht zurück genau und jetzt das ist das zu Ende des Spiele schön schön gemacht schön gemacht oh fuck er hat's versucht und hat gescheitert ich wusste es dass er es macht ey ich wusste es dass er es macht ey lauf mein schnittchen uuuuuh ooooh Vorsprung den kleinen gekriegt da durch jetzt oh oh jetzt hab ich mich erschienen ey uuuuh lauf nein ooooh lauuuuff mein schnittl ooooh ooooh fuck scheiße ooooh drosten war mir gewittert's gerade endlich ne abkühlung wohl doch mal Zeit hier go aah reinjumping oh da sind wir beide gesprungen das war fail uoh das gab aber einen langen Hack ey hook ha 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 uuoh oh fuck ohh haha einmal die Zulrausstrecke in die hehehe war immer gut ey ach ja eeh jejejejejejejejejeje hoffe euch gefällt auch in die reihe snap elite 3 richtig geiles spiel könnten ein bisschen feedback da lassen oder verbessert werden soll was man machen soll dies und das halt ne was ich mal sehen wollte was möchtet ihr sehen was möchtet ihr sehen sagt es mir was möchte ich für euch jetzt playen was soll ich anders machen neue projekte minecraft hast du nie gesehen so schwengeli mal schneller erzählt scheiße das kacke wo man erst ist da hat er gemeckert jumping das war ein guter hook jumping lauf ich renne unten lang oh fuck oh fuck oh fuck das bricht mir das genick das bricht mir das genick jetzt gleich ey das bricht mir jetzt gleich mein neckl lauf konnte ich einen erwischen nein konnte ich nicht ey oh fuck oh shit der war gut ey gutes spiel ein sehr gutes gutes guter spiel somit bedanke ich mich bei euch fürs zuschauen bis zum nächsten mal euer baby ich hoffe es hat euch spaß gemacht tschüss ichdoc die die das die die das